Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Paper Mario Color Splash. So, wir machen jetzt weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich im Holunder-Atoll. Unser nächster Stopp ist Holunder-Atoll Schatzinsel. Okay, der nächste große Stern. Der Stern? Der große Stern? Ja, der nächste Stern. Genau. So, und die denn hier ab? Nach all den Jahren, die Schatzinsel. Ich kann spüren, wie sogar meine Gänsehaut Gänsehaut bekommt. Und zieht ihr nun diesen riesigen Schädel an. Na, wie macht ihr keine Angst? Nach dem Ärger mit dem Strudel und der Dunkelheit ist es dann wohl die am wenigsten unheimliche Insel, die wir besucht haben. Ha! So, so. Ich kenne mal ganz stark davon aus, dass wir auch wieder in der We-Wars-Welt betreten. Aber alles nach den anderen. Entschuldigt. Ende der Reise. Die Schatzinsel. Also, verlassen wir das Schiff. Au rei. Was ist los, Käpt'n? Ihre Stimme klingt etwas seltsam. Käpt'n, Sie dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren. Nicht nach all dem, was wir durchgemacht haben. Wir haben unser Chef vom Feind zurückgeobert, das Meer wieder eingefärbt, die Gräse im Logbuch des Kapitäns gelöst. Na gut, mag sein, dass Mario und Fabian das für uns erledigt haben. Wir haben uns auf diese Reise begeben, weil wir davon träumten, irgendwann dem legendären Ruf eines, ihres Schiffs gerecht zu werden. Lassen Sie sie jetzt nicht locker. Für uns sind sie bereits jetzt eine Legende. Wisst ihr was? Ihr habt recht. Welcher echter Seba lässt sich schon... Entschuldigt. ...eine migrieren, 15 Meter hohen Schädel abschrecken. Die seien jedenfalls nicht vorwärts, Seemänner. Entreißen wir dir ihren Schatz. Auf geht's, Torz. Ohohoi! Los geht's. Alter, gerade habe ich im Moment... Im Moment... Äh... Froschenhals. Das ist gerade echt ekelhaft. Hoho, 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 hohoho. Das ist cool. Warte mal. Ich habe gerade gedacht, dass da Totakas Song gerade im Untergrund spielt. Warte mal. Die Leine, die muss doch auch gefärbt werden. Warte mal. Wir müssen mal kurz in den Blutbars nochmal vorbei. Oh! Entschuldigt. So? Ich weiß gar nicht... Ey, die Treffer ist sowieso gar nicht. Schwachsinnig. Babau! D-dü... Ach so! Ich fette gerade was ein. Zähne, Blubber, du mit dem Ohr, ey. Nehmen wir den großen Hüpfburschen nur noch mit zu. So. Da, da, da. So. Wir müssen noch gucken, was für ein Item wir noch brauchen für den Endbus. Sehr schön. Okay, das ist aber doch erfolgreicher. Jetzt haben wir die Karte jetzt mehr oder weniger verballert. Aber egal. Warte mal. Kann man da raufgehen auf die Route? Ich, ne. Hm. Ähm. Ja, scheiß drauf. Wir müssen zurück. Aber die Musik ist genial. Ja. Wir müssen kurz zurück. Ich hab da in dem Moment gerade nicht gedacht, dass wir, na sagen wir mal, boah, mein Hals, ne. Äh. Was wollte ich sagen? Ach genau, nach. Dingens wollten wir Paul Prisma slash hier. Huuuuh. Ich glaube, ich hab irgendwas im Rachen, das jetzt raus muss. So. Drei Schiff... Warte, war schon drei Schiffmanns? Warte mal. Ach so. Ja, ja. Klar. Na klar. So. Da bin ich wieder. Was dir fehlt, ist mit einer Linse die Lupe. Die Lupe, baumma. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was hatte ich gesagt? Okay. Was dir fehlt, ist dein Ding mit einer Linse. Welches Ding hier übergeben wird, denn der in einer gewissen Schau auch die Bonusrunde gewinnt? Also, was du jetzt brauchst, ist etwas ganz Besonderes. Besonders ist doch genau dein Ding. Ja, klar. Warte mal. Ach, genau, mit Start. Ich hatte jetzt die Steuerung jetzt nicht mehr im Kopf gehabt gerade. Warum auch immer. Wir müssen also nochmal die Sniffed- Sniffed- Schauspiel... Ach, mein Hals, ne? Ich sagte, wir müssten nochmal die Sniffed- Schauspieler und das ist ein perfekter One. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Brauchen die Lupe? Die Lupe brauchen wir öfters, glaube ich. Ja, gut. Eine gewisse Show. Es kann ja nur die Sniffed-Show sein. Was anderes kann ich mir ja hierbei nicht vorstellen. Dann machen wir mal die Sniffed-Show. So. So, jetzt müssen wir uns anstrengen hier. Wenn wir ja die Lupe haben. So, Sniffed. Wadow. Da auch ist special. So. Monovation. Gast. Gewalt schon. Nein, brauchen wir nicht. Runde 1. Guckloch-Karte. Das sieht nach einem Fünferhammer aus. Abgenutzter. Hammer. Aber sowas sogar noch kann man nicht erinnern, sowas noch zu haben. Abgenutzter Hammer. Hammer. Das ist ja nicht mehr hier drin. Hä? Hier ist kein abgenutzter Hammer. Passer steht hier. Die können wir ja gar nicht lösen. Weißt du, wir müssen nochmal von vorne anfangen? Jo. Ja, geht der nicht anders. Ja, wenn die nicht in... Hä? Können wir eigentlich gleich aufhören. Nee. Ja. Was soll der Scheiß? Die Karte war nicht mehr drin. Also irgendwo ist das immer ein bisschen verarsche. Steht da? Muss ich mich jetzt umbringen lassen? Ging ja nicht anders. Ja. Ging ja nicht anders. So was dämliches. Aber was willst du machen? da, 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 da. Das war definitiv ein Fünfer abgenutzter Hammer. Und den hatten wir definitiv nicht gehabt. Ich schau nochmal nach. Also, wenn ich jetzt... es ist keiner hier. Alter, ist das... Das ist... Das muss ich sagen, das ist echt unfair. Das war echt unfair. Ganz ehrlich. Das muss nicht sein. Karte hat ich nicht mal. Oh, ich könnte mich da rüber auf Riechzeug. Jump! Da wirst du hier beschissen, ey. vielleicht auch mal bescheißen. Kann man jetzt irgendwie überspringen? Ich sehe hier nichts auf dem Screen, dass man hier überspringen kann. Ja, komm. Schnauze. Nein, brauchst du nicht. So, fangen wir an. Runde 1. Guck, Lokkarte. Das sind abgenutzte Schuhe. So, wollt ihr mich eigentlich einverarschen? sortieren. Jetzt guck ich mal in den Ohren hier. Pfff. Können lauter Dingsticker, ja? Ja, ich meinte, äh, Karten. Eisensprung. Scheinbar müssen wir die hier irgendwie aufgrabeln, weil ich hab die natürlich jetzt auch nicht. Alter, ist das beschissen. Die Lupe bauen wir jetzt natürlich. Hm. Machen wir jetzt einfach so. Machen wir jetzt hier einfach einen Eisensprung hin. Aber gucken, was ist das jetzt als Lösung? Der, die haben, das... Ist das ein Betrug, ey. Okay. Können wir gleich wieder vergessen. Nein. Ja. Also, irgendwas ist ja definitiv nicht in Ordnung. Definitiv nicht. Weil das kann nicht sein, hier irgendwelche Aufgaben zu sehen sind, die wir hier gar nicht lösen können. Steht der nicht meiner? Wir haben 73 Karten. Kannst ja knicken, die haben wir nicht. schon ein bisschen unfair finde ich. Vielleicht finden wir hier ein Level. Warte mal. Warte, 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 warte mal. Da war doch was mit Chi-Guy, oder? Stimmt das? Hier rechts war noch einer. Moment mal. Ne. Dachte die anheben, wir haben hier 100%. korrektes, voll korrektes Set. Ja, easy, komm. So, so. von rechts nach links. Hm. Wir haben... Achso. Aha, aha, aha. Wir brauchen 30. 30. 30. pass auf. Ja, ja. Pass auf. Machen wir das anlass. Geh mal die Karten... Äh, äh, ähm. Och, nee. Okay. mal wieder. hier ja genau so it's was war hier bis in hier so scheiße scheiße für immer noch ich wollte nämlich die karten jetzt eintauschen gehen deshalb ähm oh wir trödel die zeit weg hier wollte eigentlich den stahl heute holen aber irgendwie glaube wird das heute nichts also gehen wir kurz schnell nach port prisman gehen die karten einsammeln äh sag schon so dass wir nicht frei haben also diese karten collage da haben wir schon mal etliches Zeug schon abgegeben die lupe brauchen wir auch hierfür denke ich mal stop so 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 Geh mal hier. So. Gut. Wir können ja die Dings-Sticker ja immer noch kaufen. Ich sag schon mal Dings-Sticker. Die Dings-Bumse. So. Machen wir halt hier rein. So. Gut. Machen wir hier noch alles. Damit wir schon Platz frei bekommen. So. 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 Gut. 44. Dann hätten wir 74. Okay. Das ist einfach schon mal ein Stück weiter. So. Jetzt müssen wir nochmal zu den Chi-Guy. Und dann kann man uns das voll korrekte Set. Dann bescheißen wir halt in der Show. Wenn die uns bescheißen, dann bescheiße ich die. So sieht's aus. Und die Knete haben wir ja dazu. Und jetzt kriegen wir sowieso durch die Schnick-Nack-Schnuck-Scheiße wieder hin. Definitiv. Also alles gut. So. Mein Herr. Muss ich mich mal selbst lohnen. Mein Angebot ist wieder nicht zu schlagen. Ne? Was darf sein? Das ist ein voll korrektes Set. Wähle die Karten einfach von rechts nach links aus. Und alles wird gut. Firma dankt. Und falls jemand fragt von mir, hast du die Karten nicht. Ach ja, wenn du die Gegenstand verlässt, ändern sich auch die Antworten. Und das Set wird nusslos. Mit Denken ist dann gesagt. So, ich darf das Set jetzt... ...überhaupt nicht... ...berühren. Gut. Von rechts nach links. Jetzt... Jetzt bescheißen wir hier aber. Jetzt bescheißen wir die mal. Finde ich super. Von rechts nach links. Bescheißen in der Sniffle-Show. Mach ja ganz Titel. Doch. Bescheißen in der Sniffle-Show. Jetzt müssen wir uns nochmal das Gedöns hier anhören. Jetzt können wir uns einen abschillen. so, fangen wir an. Ja. Ja. Von rechts nach links. Von rechts nach links. Das ist es ist es. Das ist es ist es. Ach, schön. Bescheißen. Bescheißen. Schwierige Frage. Ich könnte... Ich könnte... Ich glaube, das könnte dieser... ...dieser Hammer hier sein. Ich glaube... ...könnte sein. Ich weiß es aber nicht. Ob wir Glück haben? Oh mein Gott. Wir haben so ein Glück. Boah. Ich glaube... ...häute läuft's. So, 102. Ich brauche eigentlich gar nicht hingucken. Ich weiß ja die Antworten. Von rechts nach links. Zack. 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 Dann dürfen wir aber auch nicht durcheinander kommen. Sonst ist es hin. Sonst ist es hin. So. So. Oh, schön. Sau geil. Runde 3. So. So. Tö, 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 tö. Okay. Von rechts nach links. Zack und zack. So. Sehr gut. Runde 4. Auswahlkarte. Okay. So. Runde 5. Kartenmischer. So. 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 Das. So. Und so. Oh, schön. Ich find's toll. Okay. Und der Rest müsste jetzt von unseren sein. Nehme ich jetzt mal an. Sehr schön. Runde 7. Merkkarte. Okay. Okay. So. Gut. Okay. Die Karten sind wahrscheinlich für die Bonusrunde noch. Drei Rischem. Extra Runde Teil 1. Feuerblume Power Up. Gut. Ja, ja. Die haben wir. Sehr gut. Feuerblume. Feuerblume. So. Ich würd so feiern, wenn sie am Ende so halb beschissen werden, dass eine Aufgabe falsch ist und deswegen gegenüber geht. So. Kelpkarten. Ich glaub, andersherum konnte man das auch nicht lösen. Kann ich mir beim besten Willen aber auch nicht vorstellen. Das ist ganz gut so, dass wir das so gemacht haben. So. extra Runde Teil 3. Na, Karte 2. So, jetzt sind die letzten drei. die kleinen Hammer. Sehr gut. Na ja, geht's. Herzlich willkommen zu der neuesten Folge der... Sniffed Show. Naja, geht doch. Herzliche... Herzliche Glückwünsche zum Gewinn des Lebens, der im Schatz ist. Quetschen richtig aus. Das habe ich mir gerade anders vorgestellt. Ich dachte, es wäre eine Lupe. Ein Klassiker und eine Dauerbrinne der Hobbyfotografie. Damit wird das Foto zum echten Abbild. So, sehr gut. Und... Alter, weil jetzt... Wer hierfür jetzt verschwindet. Ist aber nicht schlimm. Gut. War jetzt anders geplant, als gedacht. Aber was wir haben, haben wir. In dem Sinne... Vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Beschluss sehen wir dich wieder. Und... Ja. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Paper Mario Color Splash. Und dann machen wir jetzt wirklich weiter. Hier. In der Holanda Atoll Schatzinsel. Bis dann. Und tschüss.